Stiefel, eine Schirmmütze, zwei Gewehre, ich hole mir mal einen Tipp. Kann ich noch einen? Oh ne. Wieso muss ja eigentlich immer die Zeit ablaufen? Am Anfang konnte man sich doch auch die Tipps irgendwie hier zusammensuchen. Fand ich irgendwie besser. Oh, diese Geräusche hier immer. Mann. Warte mal, kann man hier eine Option? Gibt's hier Optionen? Na ja, ich mach mal. Ne, das Musik stört mich nicht, aber Sound. Es bleibt trotzdem. Alter, komm. Ne, Spiel fortsetzen. So. Gewehre. Sind hier oben oder so? Ich sehe aber auch nichts, einfach. Okay. Ah, hier. Ein Hirsch. Ah ja, den Hirsch hatte ich schon gesehen. Der war da oben. Ein Köcher. Tipp ist noch nicht voll. Stiefel. Eine Axt. Ein Messer. Ein Bogen. Hier hinten. Eine Weste. Und ein Stamm. Ein Wildschwein. So, das war's. Also nach diesen Sachen. Ich, äh, hole mir mal einen Tipp. Na komm, werd voll. Das eine Stück schaffst du noch. Jetzt. Ach so. Ich kriege aber nichts gepeilt. Ein Gewehr. Äh, äh, und Munition noch. Ah, ne, Munition hat man schon. Hä? Hab ich Munition gefunden? Wahrscheinlich so beiläufig. Aber ein Gewehr? Sehe ich jetzt nicht. Hier oben ist noch ein Stern. So, das Kräunen können wir ja auch nicht. Doch, so, aber das können wir eh immer. Ein Köcher. Ne, ich weiß nicht. Das kann ich mal leiden. Oh, war sogar richtig. Naja. Ein Gewehr, ähm. Wo haben wir ein Gewehr? Ja. Ach, gleich können wir wieder einen Tipp nehmen. Bin ich ja endlich weg. Na komm. Jetzt. Ach so, ach man, ich seh, ich seh das immer nicht. Ne Tasse. Hm. So, was lese ich doch nicht vor, äh, so viel. Also jetzt hat er sie gefunden, oder was? Ach jetzt, äh, Nummer 17. Du also auch. Okay. Kommt so ein Fettsack rein, will ihn töten. Tap to shoot Spiel. Oh. Was ist das wieder? Ich glaub, sowas hat man schon mal. Alter, ey, wie fett ist das denn? Das ist ja so ähnlich wie Mohun eigentlich. Hm, minus 10. Wird ja immer nicht, äh, komplett auftauchen. Hm, das ist doch gar nicht hier. Vor allem, die kommen immer an denselben Stellen. Das ist was Leichtes. Ja komm, ich will Wartemachen. Ja komm, redet. Redet euch aus. Ach, geht doch nicht weiter, ne? Dann gehen wir halt hier hin, ähm, und lesen den Text. Spets-Logos. Oh. Sowas mag ich immer. So Logos oder irgendwelche Würfel sammeln. Ach, das sehen ist keins. Ach so. Wenn sie einen nur verwirren. Nehme ich halt mal einen Tipp. Ach, hier vorne. So, haben wir noch irgendwo was? Da vielleicht, ne. Hier. Ähm, zweimal noch. Hier ist noch eins. Und hier hinten, ne, das ist nur eine Flagge. Gut, äh. Ja, das letzte sehe ich jetzt nicht. Ich guck mal, wie lange die Aufnahme schon läuft. 16 Minuten, also sind wir gerade in der Hälfte. Ich nehme mal gerne mal eine halbe Stunde auf hier. Weil dann ist die Konzentrationsspanne auch am Ende. So. Ne, ich nehme danach eh noch Pirate Will wahrscheinlich auf. Hä? Die Flagge ist doch gar nicht gefragt. Ach, egal. So, wo ist denn jetzt das letzte Logo? Hier haben wir noch einen Stern. Ach, gleich. Hier haben wir einen Tipp frei wieder. Aber ich will nicht immer auf die Tipps warten. Ich will ja mal alleine was finden. Da. Ne. Das sind hier diese anderen Logos. Da wollen sie einen nur verunsichern. Ach, hier ist er. Da muss man genau in die richtige Stelle klicken. M16. Toll. Hm, gut. Wie, das soll man jetzt finden oder was? Was hier unten liegt. Ähm. Hä, was soll man jetzt machen? Trainieren. Aber was? Und wie? Ich nehme einen Tipp. Ach so. Ach so. Die Größenverhältnisse stimmen nicht. Das kann ich doch nicht wissen. So. Das. Das ist bestimmt so was riesig Großes hier. Das. Ne. Das da. Vor allem man muss das erst finden, bevor man das nächste. Das ist immer scheiße. Wenn wenigstens zwei wären, dann ging es ja noch. Ach hier. Das sieht man ja kaum. Das ist ja total einfach. Das. Na, hallo. Hä? Das ist es doch. Na, wie denn nimmst du es nicht. Och, komm. Dann halt das. Und jetzt das. Und. Wo ist es hin? Das hatte ich schon. Ach, wo ist es denn? Hier irgendwo. Ach, hier oben. Gut. Das. Dann das. Immer noch nicht. Da man stammt und das. Sie erinnert sich. Oh, wie schwer. Ah, ja, ja, komm Zehn Militärs Was ist denn das, bitte? Das hier ist so einfach Und beim letzten nehme ich einen Aha, Tipp geht noch nicht Das war bei Pirate Willen ein bisschen anders Ähm, na komm Ach, da oben Ich war zu faul, den zu suchen War äterletzte Konnte ich einen Tipp nehmen